Jakob Zedergren ist ein in Schweden geborener dänischer Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater. Er spielte in mehreren Kinoproduktionen unter anderem in Stealing Rembrandt Clown für Anfänger, Dark Horse, Rage, Timetrip, Der Fluch der Wikinger Hexe oder Submarino. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Rollen in den skandinavischen Fernsehserien Nordlicht, Mörder ohne Reue und Mord im Mittsommer, Leben und Karriere. Jakob Zedergren, 1973 in der schwedischen Stadt Lund geboren, wuchs in Kopenhagen auf. Seine Ausbildung erhielt er schließlich an der staatlichen Schauspielschule in Kopenhagen, wo er im Jahr 1997 auch seinen Studienabschluss machte. Nach verschiedenen Theater-Engagements gab er 1998 in Christian Brath-Thomsens Kinoproduktion den Blamung, sein Leinwanddebüt in einer kleinen Nebenrolle. Nach seinem Auftritt in der Komödie von Regisseur Anders Thomas Jensen Komödie Dänische Delikatessen darf's ein bisschen mehr sein. Mit Nikolaj Laikas und Metz Mikkelsen im Jahr 2003 spielte er im selben Jahr noch in Janik Johansens Kriminalkomödie Stealing Rembrandt Clown, für Anfänger seine erste Hauptrolle. Es folgten weitere Rollen in dem romantischen Drama Dark Horse von der Gurkari 2005 und 2006 in Thomas Willum Jensens Komödie Das Genie und der Wahnsinn. 2009 sah man ihn in Sally Potters Dramarage und kurz darauf in dem Abenteuerfilm Timetrip Der Fluch der Wikingerhexe von Regisseur Mogens Hagedorn. 2010 verpflichtete ihn der Regisseur Thomas Winterberg für sein Drama Submarino entstanden nach dem gleichnamigen Roman von dem dänischen Autor Jonas T. Bengtsen. Seit dem Jahr 2000 hat Cedergren auch immer wieder unterschiedliche Charaktere in populären skandinavischen Fernsehserien und Fernsehminiserien gespielt. Darunter rollen in der Adler die Spur des Verbrechens Kommissarin und das Verbrechen Nordlicht Mörder ohne Reue, wo er in zehn Episoden den Forensiker und Profiler Thomas Schäfer verkörperte. Darüber hinaus sah man ihn zwischen 2010 und 2013 als Kommissar Thomas Andreaschen in der Krimiserie Mord im Mittsommer. Jakob Cedergren wurde im Laufe seiner Schauspielerkarriere mit verschiedenen Festivalpreisen und Nominierungen geehrt, unter anderem dem ältesten dänischen Filmpreis dem Bodelebert oder dem Robert als bester Hauptdarsteller in dem Drama Frütelich Lückelig von Regisseur Henrik Rubengenz. Neben seiner Film- und Fernsehlaufbahn nahm Cedergren auch gelegentlich noch Bühnenangebote wahr. So sah man ihn 2004 zum Beispiel als Nick in dem Theaterstück Hussefraid of Virginia Woolf. Auszeichnungen 2009 Robert als bester Hauptdarsteller in dem Film Frütelich Lückelig 2009 Bodelebert als bester Hauptdarsteller in dem Film Frütelich Lückelig 2010 Nominierung für den Europäischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller in dem Film Submarino Filmografie Kino 1998 Den Blammung 2003 Dänische Delikatessen Darf's ein bisschen mehr sein? 2003 Stealing Rembrandt Clown für Anfänger 2005 Dark Horse 2005 Beck die ET Stille Itere 2005 Solop Gang 2006 The Journals of Knut Rasmussen 2006 Forrest Dillingen OMEU Komplize Red Live Met On Month 2006 Das Genie und der Wahnsinn 2007 Nalletria 2008 Remix 2008 Garfen 2008 Frütelich Lückelig 2008 Arn Riket VID Fegenslat 2009 Rage 2009 Timetrip der Fluch der Wikinger Hexe 2010 Submarino 2013 Faro 2013 Sorko G. Glede Fernsehen 2000 Edda Koppen 2002 Nikolai O.G. Juli 2004 Der Adler Die Spur des Verbrechens 2007 Kommissarin und das Verbrechen 2008 Sommer 2009 Harry und Schatz 2010 Arn 2011 Nordlicht Mörder ohne Reue 2011 Nordlicht Mörder ohne Reue Die Schatten der Vergangenheit 2010 zu 2014 Mord im Mittsommer Kurzfilm 2003 Den Neimant 2004 Panda Syndromed 2005 Steppe Ulwe 2005 Bare Holger 2005 Lillise 2006 JTG Sommregel 2007 Immersurable 2007 Ondans Parosa 2008 Offring 3 9 9 12 14 16 18